Herzlich willkommen zu Ihrem Webinar hier im Hause der Interhub. Es ist das erste Webinar in diesem Jahr und ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Mein Name ist Astrid Schönfelder. Ich bin selber seit inzwischen über 19 Jahren bei der Interhub und werde Sie jetzt durch den heutigen Abend begleiten, zusammen mit meinen beiden Kollegen, die links von mir stehen. Bevor wir starten, ein paar organisatorische Hinweise für Sie. Sie können heute Abend ganz aktiv mitwirken am Geschehen, indem Sie ganz fleißig den Chat nutzen und ganz viele Fragen stellen. Diese Fragen werde ich dann für Sie stellvertretend im dritten Teil des Abends an meine beiden Kollegen stellen dürfen. Also schreiben Sie fleißig Fragen rein. Liken Sie auch gerne die Fragen der anderen. Dann sehe ich, welche Themen Sie ganz besonders interessieren. Sollten Sie technische Schwierigkeiten haben, ist mein Tipp. Einmal abmelden, kurz die Daumen drücken, dann wieder anmelden. Dann sollte es hoffentlich klappen. Wir werden diese Präsentationen, die Sie heute Abend sehen, nicht verschicken am Ende, aber in den Chat stellen wir einen Link rein, der Sie dann auf weiterführende Informationen bringt, was Sie natürlich gerne im Anschluss dann nutzen können. Sollten Sie eine kurze Pause benötigen, das geht natürlich. Sie können einfach auf Pause drücken und dann auch durch Vor- oder Zurückspulen an die Stelle dann wiederkommen, bei der Sie weitermachen möchten. Kurze Pausen gehen. Beachten Sie bitte, dass wir so circa Viertel nach acht das Webinar dann schließen werden, dass diejenigen von Ihnen, die heute noch Fußball gucken möchten, dann natürlich auch gut hinkommen können. Ja, wir haben ein großes Thema vor uns. So klappt es mit der Immobiliensuche, der Kaufpreisverhandlung und der Finanzierung. Für diese ganze Bandbreite habe ich, wie Sie schon sehen, zwei Experten an meiner Seite, die ich Ihnen jetzt im Folgenden vorstellen darf. Sepp Scholz, seit 2012 im Hause der Interhüp, Experte für Baufinanzierungen. Aber nicht nur beruflich, sondern auch privat beschäftigt er sich viel mit Immobilien. Ich vermute mal vorwiegend im Großraum Leipzig. Er ist gebürtiger Leipziger und dort hängen geblieben. So ist es, Astrid. So ist es. Ganz im Gegensatz zu seinem Namen, der ja eher auf einen bayerischen Ursprung verlauten lässt. Genau. Neben mir steht Fabian Lurz. Fabian ist Gründer und Geschäftsführer der Firma Think Immo. Seit gut vier Jahren bist du da dabei. Genau. Und Think Immo gehört seit Anfang diesen Jahres zum Hause der Interhüp, zum Interhüp-Konzern. Was sich genau darunter verbirgt, welchen tollen Service ihr unseren Zuhörenden anbieten könnt, das erzählt ihr dann gleich selber. Seien Sie gespannt. Der Vollständigkeit halber, Fabian wohnt in Berlin. Also ein Leipziger, ein Berliner. Ich komme aus München. Deutschland ist sozusagen gut vertreten. Ja, lassen Sie uns starten. Wir haben viel vor. Ich wünsche Ihnen einen informativen, interessanten, unterhaltsamen Abend und darf im ersten Schritt an dich, Sepp, übergeben mit dem Thema der Immobilien-Suche. Vielen lieben Dank, lieber Astrid. Ein herzliches Hallo aus München, wo auch immer Sie uns zusehen. Wir haben heute spannende Themen, wie schon von Astrid angekündigt. Unter anderem, wie findet man schnell und einfach seine Traumimmobilie? Ich hatte schon viele Beratungsgespräche gemeinsam mit Kunden führen dürfen und viele Kunden kommen auch im Vorwege auf uns zu, bevor Sie eine passende Immobilie gefunden haben, um erst mal abzustecken, welcher Finanzierungsrahmen ist überhaupt möglich und auch aus Ihrer Sicht überhaupt wünschenswert. Meistens im Anschluss der Gespräche konnte ich ein positives Votum und Rückmeldungen geben, dass die gewünschte Finanzierung darstellbar ist und auch der Rahmen des Kaufpreises zur Finanzierung passt. Dann schloss ich logischerweise folgerichtig die nächste Frage an, Herr Scholz, wie finde ich denn jetzt überhaupt die passende Immobilie? Bisher konnte ich immer verschiedene Hinweise geben. Zum einen macht es Sinn, bei Zeitungsannoncen die Augen offen zu halten oder auch auf die Gemeinde zuzugehen und nachzufragen, ob und wo Immobilien zum Erwerb verfügbar sind. Ein großer und hilfreicher Tipp ist auch immer, Freunde das berufliche Umfeld anzusetzen, Augen und Ohren offen zu halten, wo Veränderungen bei Immobilien zu vernehmen sind oder Immobilien zum Verkauf stehen oder auch bei Vereinsarbeiten entsprechend das Umfeld und sein eigenes Netzwerk entsprechend auf das Interesse der Immobilien suche mit anzusetzen. Auch der Erwerb einer Immobilie aus Zwangsversteigerung ist eine Möglichkeit, den Traum der eigenen vier Wände zu realisieren. Alternativ kann man auch verschiedene Netzwerke nutzen oder in Austausch mit Hausherstellern, Bauträgern und Handwerkern treten, um eine passende Immobilie für sich zu finden. Natürlich, so wie es die meisten wahrscheinlich bisher auch tun und getan haben, nutzt man in Eigenregie Immobilienportale wie Immobilienscout24, Kleinanzeigen oder Immowelt, um einige wenige zu nennen. Eines der neuen und möglichen Möglichkeiten der Immobilien-Suche ist aber auch die Meta-Suchmaschine Sync-Immo. Und das ist auch schon das Stichwort für Fabian Lutz. Astrid hat ja Fabian schon vorgestellt und Fabian wird Ihnen zu Sync-Immo einiges Näherführendes zeigen. Wunderbar. Viel Spaß, Fabian. Dankeschön, Sepp. Danke für die Einleitung. Ja, hallo zusammen. Ich bin Fabian, der Geschäftsführer und Gründer von Sync-Immo und ich freue mich wirklich sehr, dass ich heute hier sein darf. Und ich möchte Ihnen heute von meiner Reise zur ersten Immobilie erzählen und danach auch von der Gründung von Sync-Immo. Und anschließend möchte ich natürlich Ihnen aufzeigen, wie Sie im aktuellen Marktumfeld auch agieren können, um Ihre Traumimmobilie zu finden. Meine Reise begann damals im Jahre 2019. Ich habe da noch bei Smarva gearbeitet und ich hatte mir etwas Eigenkapital angespart und ich hatte eine Mission. Ich wollte unbedingt meine erste Immobilie finden. Aber, wie es sicherlich vielen von Ihnen geht, stellt sich natürlich mir die Frage, wo finde ich denn eigentlich die passende Immobilie? Und was mir damals einfach wirklich gefehlt hat, das war eine gute Marktübersicht. Es war schwer, den Überblick zu behalten über die vielen Immobilienportale und die vielen verschiedenen Kartoren, die es eben benötigt, um eine gute Immobilie zu finden. Und weiterhin war es in der damaligen Marktlage so, und das ist auch jetzt oft noch so, dass wenn ein gutes Objekt auf den Markt kam, es einfach wirklich sehr schnell vergeben war. Und damit kam ich im Endeffekt häufig nicht zum Zug und die Immobilie war vergeben. Und zu guter Letzt, das kennen Sie sicherlich auch, es war einfach wirklich sehr müßig. Die Suche kostet nämlich unglaublich viel Zeit und mir fehlt einfach wirklich oft das Wissen, um eine gute Immobilie zu finden. Das war die Geburtsstunde von ThinkImmo und ich kann mich noch gut daran erinnern, ich saß dann damals mit meinem Mitgründer, dem René, ich saß in der Sauna in Berlin und wir haben uns das Konzept von einer Meta-Immobiliensuche überlegt, was quasi alle Rentenrelevanten Portale abdeckt und auch wichtige Faktoren hinzufügt, wie beispielsweise Marktwert oder auch Mietwerk, eben um passende Immobilien zu finden. Fast forward 2024 ist ThinkImmo die meistgenutzte Meta-Suchmaschine für Immobilien in Deutschland. Was ist da also ThinkImmo? ThinkImmo ist eine Meta-Immobiliensuche, die über 280.000 Immobilienangebote für Sie bündelt, zusammenfasst auf einer Plattform und wie gesagt wichtige Indikatoren, wie beispielsweise Marktwert und Mietwert hinzufügt und für Sie auch filterbar macht. Und daraus ergeben sich für Sie drei große Vorteile. Der erste Vorteil ist, ThinkImmo hat einfach die größte Marktabdeckung in Deutschland. Wir bündeln diese 50 Immobilienportale und darunter eben auch wirklich so versteckte Portale wie teilweise auch Zeitungsinservate. Weiterhin extrahieren wir auch wichtige Daten aus den Freitexten, damit diese für Sie filterbar gemacht werden. Und der Vorteil für Sie ist natürlich, Sie verpassen wirklich kein Objekt mehr. Der zweite Vorteil, das ist unsere Geschwindigkeit. Bei vielen Partnern besitzen wir tatsächlich direkte Datenschnittstellen und können Sie somit direkt bei einem Treffer benachrichtigen. Und oft können Sie damit der Erste sein, der sich beim Verkäufer meldet. Und das ist in der aktuellen Marktlage wieder wichtiger denn hier. Und der dritte Vorteil, Sie sparen sich einfach sehr viel Zeit, da wir die Duplikate direkt zusammenführen. Und Sie können dann Immobilien beispielsweise auch direkt nach Marktwert filtern. Nun möchte ich nochmal auf das historische Marktumfeld eingehen und Ihnen dabei helfen, die Lage besser für sich zu nutzen. Schauen wir zuerst mal den historischen Markt dann speziell in 2022. Wir hatten ein Umfeld mit niedrigen Zinsen von circa 1,2 Prozent. Und durch diese niedrigen Zinsen gab es natürlich einen sehr hohen Nachfrageüberhang im Markt. Und dazu möchte ich Ihnen meine Grafik zeigen. Das sehen wir hier sehr schön. Mitte 2022 waren noch deutlich weniger Immobilien online. Wir sehen bei Wohnungen circa 70.000 und bei Häuser circa 130.000. Und Mitte 2023 steigt es dann deutlich an und jetzt sehen wir in 2024 flacht es langsam wieder ab. Was heißt das also für Sie? Immobilien waren 2022 sehr schnell vergeben und man hatte schlechte Chancen, sich die passenden Immobilien auszusuchen. Es war eher so, man nimmt das, was der Markt übrig lässt. Und dazu muss man natürlich sagen, das ist natürlich regional auch sehr unterschiedlich gewesen. Aber dennoch, das war die Marktlage. Wie sieht es heute im Marktumfeld aus? Die Zinsen, die liegen jetzt bei etwa 3,6 Prozent. Das schwankt natürlich mal wieder ein bisschen, aber das ist so der aktuelle Stand ungefähr. Und was natürlich auch erwartet wird, ist die erste Zinssenkung der EZB. Und in unseren Daten können wir jetzt einfach auch sehr gut sehen, dass die Nachfrage nach Immobilien wieder anzieht. Schauen wir uns mal ganz kurz die Grafik von vorhin an. Wir sind jetzt bei circa 100.000 Wohnungen, die online sind. Und wir sehen schön die Kurve, wie gesagt. 2022 wenige, dann wird es ein bisschen mehr und jetzt flacht es wieder ab. Die Nachfrage zieht also an. Das Gleiche sehen wir auch bei reduzierten Wohnungen. Stengimo führt quasi für jedes Objekt eine Preishistorium. Und das ist ein wichtiger Nekater dafür, wie handlungsbereit bzw. verhandlungsbereit Verkäufer sind. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt für Sie. Auch hier sehen wir 2022, es gibt nur wenig reduzierte Objekte. Die Verkäufer sind ja also nur wenig verhandlungsbereit. Und 2023 steigt es dann deutlich an. Und jetzt 2024, wo die Nachfrage, wie gesagt, wieder anzieht, sinkt einfach die Verhandlungsbereitschaft. Bei Häusern sehen wir hier ein ähnliches Bild. 2022 deutlich weniger reduzierte Häuser. 2023 dann der Peak. Und 2024 flacht es jetzt langsam wieder ab. Warum erzähle ich Ihnen das? Bei Stengimo bekommen Sie eine Art Preisalarm. Sie werden also direkt benachrichtigt, sollte Ihr Traumobjekt im Preis reduziert sein. Und damit haben Sie natürlich einen großen Vorteil gegenüber allen, die dieses Wissen nicht haben. Nun schauen wir uns nochmal direkt die Immobiliensuche von Stengimo an. Und den Link erhalten Sie dann im Anschluss an das Webinar. So. Schauen wir mal auf die Seite. Wie gesagt, den Link erhalten Sie dann. Und hier können wir jetzt direkt mal aussuchen, was wir uns wünschen. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich wähle hier eine Wohnung für mich. Und dann werde ich natürlich nach der Stadt gefragt. Ich bin aus Berlin. Deswegen würde ich gerne natürlich eine Wohnung in Berlin suchen. Umkreis brauchen wir erstmal keinen. Gehen wir einfach mal weiter. Dann können wir noch die Größe festlegen. Ich möchte eine Wohnung mit mindestens 80 Quadratmetern haben. Und dann wird noch gefragt nach dem Budget. Und ich würde mal wählen 500.000. Und das war es eigentlich auch schon. Jetzt können Sie Ihre E-Mail-Adresse, Vorname, Nachname und Telefonnummer noch mit angeben. Und dann bekommen Sie noch eine Bestätigungs-E-Mail. Dort müssen Sie aber noch bestätigen, dass Sie den Suchervertrag auch wirklich wollen. Und dann bekommen Sie einen Link zu Ihrer Suche bzw. zu den eingestellten Filtern. Das Ganze sieht dann so aus. Ich habe das natürlich schon mal vorausgefüllt. Und hier sehen Sie dann die Immobilien-Suche. Und auf was ich nochmal eingehen möchte, ist, Sie haben jetzt hier die Möglichkeit, noch deutlich mehr Filter zu setzen. Beispielsweise können Sie hier auch nach Kitas in der Nähe suchen. Sie können auch nach Schulen in der Nähe suchen. Und spannend jetzt natürlich nochmal auf die reduzierten Objekte einzugehen. Dass ich das Ihnen hier nochmal zeigen kann. Ich habe das hier schon einmal vorausgewählt. Und habe natürlich ein Objekt vorbereitet. Und da gehen wir jetzt einfach mal auf die Preishistorie ein. Wir schauen mal hier unten. Wir sehen jetzt quasi, das Objekt wurde vor circa zwei Monaten veröffentlicht. Mit einem Preis von circa 300, nicht circa, sondern von 395.000. Und jetzt vor zwei Tagen wurde es reduziert auf 380.000. Mit diesem Wissen können Sie natürlich sehr verhandlungssicher beim Verkäufer auftreten. Und damit hoffe ich natürlich, dass ich Ihnen aufzeigen konnte, dass Sie auch in dieser aktuellen Marktlage wirklich gute Immobilien für sich finden können. Und damit übergebe ich an meinen Kollegen die Astrid. Ja, jetzt haben Sie alle Hilfestellungen gehört, wie Sie an Immobilien herankommen können. Jetzt geht es darum, den besten Preis zu bekommen für die Immobilien. Und wie Sie jetzt geschickt in die Preisverhandlungen einsteigen, das wird Ihnen Nils Hebscholz erzählen. Vielen Dank Fabian. Vielen Dank Astrid. Genauso ist es. Sehr spannende Eindrücke, die du uns vermitteln konntest, Fabian. Ja, jetzt ist es so, im besten Fall finden Sie eine passende Traumimmobilie, die Sie anspricht, was Sie zukünftig Ihr Eigenheim nennen wollen. Dann kommt nämlich für Sie schon der nächste, emotional auch sehr spannende Punkt, nämlich, wie führe ich eine erfolgreiche Preisverhandlung? Eine erfolgreiche Preisverhandlung ist nicht immer zwangsläufig notwendig, denn im besten Fall liegt die Immobilie, die Ihr Herz erwärmt hat, in Ihrem gewünschten Budget. Dann liegt es natürlich an Ihnen, ob Sie dann noch versuchen möchten, den Preis zu verhandeln, um vielleicht noch ein paar Reserven für eine Einbauküche oder neue Möbelausstattung generell mit herauszuholen. Oder aber, der Kaufpreis liegt leicht oberhalb Ihres gesetzten und gewünschten Rahmens. Dann heißt es aber nicht, geben Sie auf, sondern erst recht versuchen Sie, den Preis zu verhandeln, denn wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wenn ein Verkäufer oder ein Makler ein Objekt schon länger anbietet und irgendwann auch den Verkauf erfolgreich abschließen will, ist der Verhandlungspartner in der Regel und gegebenenfalls meistens dazu bereit, mit sich reden zu lassen, um den Preis für Sie zu reduzieren. Mit den folgenden Tipps möchte ich Ihnen gerne einen grundsätzlichen Rahmen geben, um gut vorbereitet in eine Preisverhandlung starten zu können. Es gilt, eine gute Vorbereitung auf die Preisverhandlungen der Immobilie zu führen, denn generell ist bei einer Preisverhandlung wichtig, das Kaufpreisangebot sollte von Ihnen nicht willkürlich gewählt sein. Das bedeutet, Sie sollten gegenüber der Verkäuferseite gut erklären und begründen können, worauf Ihr Kaufangebot und die Höhe Ihres Kaufangebots basiert. Das kann zum Beispiel sein, die neue Finanzierungssituation, das hat Fabian Lutzigen vorhin schon kurz erörtert, oder ein höheres Immobilienangebot am Markt als solches, beziehungsweise mit den genauen Ausstattungen der Bausubstanz der Immobilie. Dazu kommen wir aber noch im weiteren Verlauf. Sie können auch eine beispielhafte Gegenrechnung dem Verkäufer aufzeigen. Wenn Sie für ein vergleichbares Objekt, was Sie erwerben wollen, eine Monatsmiete, da gibt es Mietspiegel, von den Städten und Gemeinden in der Regel geführt, Gegensätzen einer möglichen Darlehensrate, einer Annuität, kriegen Sie ein relativ gutes Gefühl, wo eine mögliche Darlehensrate und ein Kaufpreis entsprechend dann der Finanzierungssumme liegen darf oder sollte, damit sich das auch für Sie als leistbar darstellt und Sie einen Vergleich zwischen Kauf versus Miete erhalten. Kaufpreise, die bei einem Zinssatz von ca. 1% gegolten haben, wie noch vor 2-3 Jahren, sind bei einem aktuellen Zinsniveau von 3-4% einfach nicht mehr realisierbar. Und Fabian hat Ihnen ja auch schon gezeigt, die kaufpreisreduzierten Immobilien haben 2023 doch signifikant zugenommen. Also trauen Sie sich. 7 Tipps kann ich Ihnen als Rahmen für eine erfolgreiche Preisverhandlung mit auf den Weg geben. Zum Ersten versuchen Sie, die Nachfrage nach Ihrer Wünschimmobilie richtig abzuschätzen und einzuschätzen. Das heißt, wie lange ist die Immobilie bereits auf dem Markt inseriert und offeriert? Gab es eine Sammelbesichtigung oder waren Sie alleine bei der Begehung der Immobilie? Konnten Sie vor und nach Ihrer Besichtigung weitere Interessenten bzw. Besichtigungstermine wahrnehmen? Ist die Immobilie etwas eher für die breite Masse oder eher ein spezielles Liebhaberobjekt, z.B. ein altes Borgengehöft mit Pferdekoppel oder mit landwirtschaftlicher Nutzfläche oder derengleichen? Ist die Immobilie aktuell selbst genutzt, vermietet oder gar leerstehend? Auch das ist ein möglicher Aspekt, den Sie in einer Preisverhandlung mit aufgreifen können. Spricht die Immobilie eher Eigennutzer oder Kapitalanleger an? Ist Ihr Kaufobjekt aktuell noch vermietet und eher im Ballungsgebiet, werden auch viele Kapitalanleger sich darauf angesprochen fühlen? Oder ist die Immobilie aktuell leerstehend? Dann trifft das natürlich den interessenten Kreis der Eigennutzer umso mehr, genauso aber auch in der Neuvermiedung einen möglichen Kapitalanleger. Im zweiten Schritt versuchen Sie den Wert der Immobilie so genau wie möglich zu ermitteln. Dort gibt es verschiedene Instrumente und Hilfsmöglichkeiten, die Sie nutzen können. Zum Beispiel auf unserer Homepage der Immobilienbewertungsrechner als hilfreiches Tool oder auch Online-Rechner bei Immobilienscout24 oder Immobilienwert24.com. Es gibt auch Immobilienpreis-Datenbanken der Medien und der Wohnpreisspiegel des Immobilienverbands Deutschlands, kurz IVD genannt, wo Sie nachschlagen können, um eine grobe Indikation und Marktwerteinschätzung zu erhalten. Die Königsdisziplin und Möglichkeit ist natürlich ein kostenpflichtiges Gutachten. Ein Verkehrswertgutachten eines vereidigten Bausachverständigen. Diese finden Sie über Gutachterausschüsse oder auch über weyexperts.de. Wie schon gesagt, dies ist kostenpflichtig, aber dort erhalten Sie natürlich eine sehr genaue und auf die Immobilie zugeschneiderte Verkehrswertermittlung. Der dritte Punkt, den Sie mit prüfen sollten, ist die Anforderung der Objektunterlagen und diese zu prüfen auf Ihre Plausibilität, bevor Sie sich auf einen Kaufpreis einigen. Um Ihnen nur ein paar wenige Unterlagen zu benennen, die wirklich wichtig und ausschlaggebend sind, ist hier unter anderem die Wohnflächenberechnung zu erwähnen, um zu prüfen, ob auch wirklich die Wohnflächeangabe aus dem Exposé übereinstimmt mit der qualifizierten Wohnflächenberechnung oder alternativ qualifizierte bemaßte Grundrisse aller Geschosse Ihrer Immobilie. Eine Baubeschreibung hilft Ihnen auch, dem Bauzustand und die Güte bei Errichtung der Immobilie eingrenzen zu können, um daraus abzuleiten, welcher Preis gegebenenfalls angemessen ist. Lassen Sie sich, sollte es sich um eine ältere Immobilie handeln, auch Rechnungen oder eine Aufstellung der bereits erfolgten Sanierungsmaßnahmen übersenden, um diese zu prüfen und in Ihrer Kaufpreisfindung mit einfließen zu lassen. Ein Grundbuchauszug ist keine Pflichtunterlage, hilft Ihnen aber dennoch, um nochmal die Grundstücksgröße Ihrer Immobilie, sollte es sich um ein Haus handeln, wo Sie entsprechend auch Grundstück mit erwerben, nochmal gegen zu prüfen und auch nachzuschauen, ob es vielleicht Vorlasten in Abteilung 2 des Grundbuchs gibt, die Sie im Zuge des Erwerbs übernehmen müssen, wie zum Beispiel Wege- und Leitungsrechte oder andere mögliche Vorlasten. Bei Eigentumswohnungen kann ich Ihnen die Empfehlung aussprechen, die letzten drei Eigentümerversammlungsprotokolle inklusive der Wirtschaftspläne sich zu Gemüde zu führen. Daraus können Sie erlesen, wie die Eigentümergemeinschaft innerhalb funktioniert, ob da Einigkeit herrscht und inwieweit das Gemeinschaftseigentum in einem gepflegten aktuellen Zustand sich befindet, sprich, ob geplante Modernisierungssanierungsmaßnahmen zu dem Gemeinschaftseigentum anstehen und dafür vielleicht Sonderumlagen einzuplanen sind. Bei Eigentumswohnungen sollten Sie sich auch immer die Teilungserklärung inklusive aller Nachträge anschauen. Die Teilungserklärung regelt das Verhältnis zwischen den Eigentümern des Gemeinschaftseigentums und sagt Ihnen auch aus oder zeigt Ihnen auf, wem was gehört, sprich, was zum Sondereigentum oder als Sondernutzungsrecht entsprechend wem zugeordnet ist, beziehungsweise welcher Wohneinheit zugeordnet ist. Ein Energieausweis ist heutzutage Pflicht, entsprechend bei Veräußerungen mit vorzulegen. Fragen Sie also aktiv bitte bei der Verkauferseite oder dem Makler nach nach dem Energieausweis. Sollte dieser bei Besichtigung vorab noch nicht vorliegen, kann ich Ihnen alternativ die Energiekostenabrechnung der letzten drei Jahre empfehlen, einzusehen, um zum einen festzustellen, welche Bewirtschaftungskosten Sie zu erwarten haben bei dieser Immobilie und ob energetischer Sanierungsrückstau besteht, beziehungsweise zeitnah energetische Sanierungsmaßnahmen zu berücksichtigen sind. Der vierte Punkt ist natürlich Argumente zu finden, die Sie beim Führen der Preisverhandlungen aufzeigen können. Zum einen schauen Sie genau nach, ob sich die Angaben aus dem Exposé mit den Unterlagen und der Wahrnehmung Ihrerseits aus der Besichtigung entsprechend decken und gleich sind. Prüfen Sie ganz genau die Lage der Immobilie, zum Beispiel die Erreichbarkeit des öffentlichen Nahverkehrs, die Einkaufsmöglichkeiten, wie auch die nähere Umgebung auf Kindergärten, Schulen, Ärzte und ob es sich um einen sozialen Brennpunkt handelt, wo vielleicht die Immobilie liegt und steht. Welchen Zustand hat die Immobilie genau? Besteht Sanierungs- und Modernisierungsbedarf in nahbarer Zeit? Und wenn ja, in welchen Umfang? Und führen Sie dieses auch in die Kaufpreisverhandlungen mit ein? Ein ganz wichtiger Punkt einmal für Ihre Seite, so aber auch für die Verkäuferseite. Ab wann ist die Immobilie für Sie verfügbar? Das ist eine Frage, wo Sie auch über das Hintertürchen erfragen können, warum vielleicht der Verkäufer verkaufen will oder wie sein Zeitplan aussieht. Hier insbesondere ist es spannend, ob vielleicht die Verkäufer nach dem Verkauf ihrer Immobilie noch eine Zeit in der Immobilie wohnen wollen, zum Beispiel weil man sein eigenes Haus verkauft, um eine kleinere Eigentumswohnung zu ziehen. Sollte das der Fall sein, können Sie eine kalkulatorische Miete ansetzen und vom Kaufpreis abziehen, sollten die Verkäufer nach Kaufpreiszahlung noch eine gewisse Dauer in der Immobilie wohnen wollen. Prüfen Sie auch die genaue Ausstattung des Hauses oder der Wohnung ab, hinsichtlich Kfz-Stellplätzen, Balkon, Gartenaufzüge oder weitere Sonderausstattungsmerkmale wie Kamin und dergleichen. Ein Hinweis, ganz wichtig, nehmen Sie bitte nur die zwei bis maximal drei größten Argumente in Ihre Preisverhandlungen mit hinein. Nehmen Sie mehr Argumente mit rein, kann das Gefühl bei dem Verkäufer entstehen, dass Sie die Immobilie schlechtreden wollen und er nimmt Sie gedanklich aus der Verhandlungsrunde heraus und das ist nicht unser Zielbild. Im fünften Punkt ist es auch, einen eigenen Angebotspreis plus eine Obergrenze festzulegen. Das heißt, definieren Sie für sich einen Startpreis, mit dem Sie ins Rennen gehen wollen für das Gespräch in der Preisverhandlung und legen Sie sich bitte auch eine maximale Obergrenze fest, um vielleicht nicht in eine Beat Money zu verfallen. Versuchen Sie so objektiv wie möglich es nur geht, in die Preisverhandlung zu gehen. Planen Sie auch die Gesprächsart. In der Regel findet eine Kaufpreisverhandlung in einem persönlichen Gespräch statt, aber es spricht auch nichts gegen ein Telefonat. Das kann durchaus der bessere Weg sein, um eine Kaufpreiseinigung zu erzielen, weil die Nervosität durch die Entfernung zu dem Gesprächsgegenüber etwas größer ist, die Nervosität zu vermeiden. Es besteht auch die Möglichkeit, die Kaufnebenkosten zu senken, in der Form, dass zum Beispiel anfallende Grunderwerbssteuer durch den Einbau für ein Inventar als gesonderten Kaufpreis, Beispiel Einbauküche oder Möbel, die Sie im Zuge des Erwerbs der Immobilien mit übernehmen, die Grunderwerbssteuer senken können. Achten Sie aber bitte bei diesem Punkt darauf, dass Sie das explizit mit Ihrem Finanzierungsberater oder Beraterin vorab besprechen, da ein gesonderter Kaufpreis für Inventar sich auch auf die Finanzierung in erheblichem Maße auswirken kann. Also da bitte proaktiv auch auf die Experten zugehen. Ja, dann kommt noch der springende Punkt, wenn Sie eine Kaufpreiseinigung erfolgreich erzielt haben, was ist denn bei der Finanzierung zu beachten? Erstellen Sie so früh wie möglich einen Finanzierungsplan. Das heißt, kontaktieren Sie Ihre Finanzierungsberaterin oder Ihren Finanzierungsberater frühzeitig, um vorab schon mal alle ersten grundlegenden Fragen zu klären und Unterlagen einzureichen, damit wir bestmöglichst Ihnen eine Aussage zur Darstellbarkeit Ihres Finanzierungsrahmens an die Hand geben können. Allgemeine Unterlagen wie zum Beispiel Personalausweis oder aktuelle Gehaltsnachweise beziehungsweise Bonitätsnachweise generell wie Einkommenssteuerbescheide, Einkommenssteuererklärung bei selbstständigen Einnahmen und Überschussrechnung helfen uns hier immens. Alle Unterlagen, die Sie zur Immobilie vorab erhalten können, falls vorhanden, können Sie gerne mit ins Gespräch reinnehmen. Dann können wir auch eine erste Einschätzung vornehmen und auch auf die Besonderheiten der Immobilie nochmal im Gespräch näher drauf eingehen. Somit haben Sie dann die Möglichkeit, Angebote gemeinsam mit uns zu vergleichen und zu erarbeiten, um frühstmöglichst eine beste Finanzierung auf die Beine zu stellen und gut vorbereitet entsprechend auch auf die Immobilien-Suche zu gehen. Planen Sie dabei natürlich auch Ihre Lebensplanung, Ihren Lebensweg mit ein, um das Vorhaben entsprechend anpassen zu können. Schreiben Sie attraktive Zinsen lange fest, solange es geht und die Kaufnebenkosten sollten Sie natürlich bei der Gesamtkostenermittlung ebenfalls mit berücksichtigen. Es gibt verschiedene Wege und Möglichkeiten über Sondertilgung und der Anpassung der monatlichen Rate, die Finanzierung auf Ihre Bedürfnisse auszurichten. Eine ganz große und wichtige Rolle spielt das Eigenkapital in der Finanzierung. Was zählt generell zu Eigenkapital? Bargeld, Bank, Spar- und Bausparguthaben, Wertpapiere, Grundstücke und mögliche Eigenleistungen. Eigenleistungen sind ersparte Lohnkosten dafür, dass Sie selber bei Sanierung oder bei Bau sich hinstellen und die Arbeiten erledigen oder Zusatzsicherheiten in Form von kapitalbildenden Lebens- und Rentenversicherungen. Im besten Fall decken Sie die Nebenkosten, dazu gehören Makler-, Notarkosten- und die Grunderwerbssteuer, durch das Eigenkapital vollständig ab. Wenn Sie noch die Möglichkeit haben, mehr Eigenmittel zu aktivieren und es sich für sinnvoll erachtet und sich das förderlich für Ihre Finanzierung darstellt, verbilligt sich das Darlehen und senkt auch die monatliche Rate, sollten Sie bereit sein, mehr Eigenmittel mit einzubringen, über die Nebenkosten hinaus. Je höher der Finanzierungsanteil ist, desto mehr Zinsen verlangen die Banken in der Regel, weil das Kreditrisiko für die Bank entsprechend auch höher ist, wenn Sie einen Kaufpreis zu 100 oder 110 Prozent finanziert sehen möchten. Prüfen Sie diesen Punkt auch gerne vorab im Detail ab, bevor Sie auf die Immobilien-Suche gehen. Um Ihnen noch mal ein Gefühl zu geben, wie die aktuelle Konditionslage auf dem Markt ist, habe ich Ihnen hier zwei Beispiele, auch mit unterschiedlichen Eigenmitteleinsätzen, aufgebaut. Unterstellen wir einen Erwerb einer Doppelhaushälfte, vielleicht nicht in Berlin, wie Lutz vorhin gesucht hat, mit einem Kaufpreis von 450.000. Das wäre vielleicht etwas realitätsfern. Unterstellen wir dort, dass Sie 80 Prozent finanzieren. Das heißt, des Kaufpreises ein Darlehen von 360.000 Euro hier zu Buche steht und mit einer 15-jährigen Zinsbindung, sprich Zinsfestschreibung, versehen. Dann hätten Sie nach Ablauf der 15-Jahre-Zinsbindung bei einer Rate von 1.692 Euro noch eine Restschuld von 216.612 Euro. Aktuell liegen wir dort konditionell bei ca. 3,64 gebundenem Sollzinssatz. Alternativ kann man die Finanzierung natürlich auch anders aufbauen. Man kann auch 90 Prozent des Kaufpreises finanzieren, was entsprechend die Darlehenssumme auf 401.500 Euro erhöht und mit einer 25-jährigen Zinsbindung von Anfang bis Ende durchfinanzieren. Das heißt, Ihre Restschuld ist mit Ablauf der Zinsbindung auf null und Sie haben durch die monatliche Rate das Darlehen vollständig zurückgeführt. Dort liegen wir aktuell bei 4 Prozent bei 25 Jahren Zinsbindung und 90 Prozent Finanzierung des Kaufpreises. Behalten Sie die Kondition bitte immer im Blick. Sie haben die Möglichkeit, über das Interhipp-Zinsradar oder den Zins-Newsletter sich proaktiv informieren zu lassen von unserer Seite her, um auch Zinstellen aktiv nutzen zu können und über uns auch die Kondition verschiedener Anbieter zu vergleichen. Viele Banken ändern aufgrund des Volatine-Umfelds auch die Kondition des Öfteren, sodass ein Darlehensgeber auch mal getauscht werden kann, da noch mal ein anderer Anbieter nach vorne springt. Entwicklung der Immobilienpreise zu beobachten, ist natürlich eines der Hauptthemen, was wir heute mit betrachtet haben. Dazu hat Ihnen Fabian schon eine Menge mit auf den Weg gegeben, wie das über Sink immer funktioniert. Wir als Interhipp können für Sie die Konditionen von über 500 Darlehensgebern nach aktueller Marktlage vergleichen und auch Sie haben die Möglichkeit, über direkten Zugriff auf die tagesaktuellen Konditionen Einblick zu nehmen, nämlich über Interhipp Home. Dort können Sie das Marktgeschehen eigenständig verfolgen. Natürlich spielt bei Finanzierungen auch immer die Frage der Fördermöglichkeiten eine Rolle. Darauf möchte ich ganz kurz eingehen. Es gibt ab und an regionale Fördermöglichkeiten. Manche Gemeinden geben Zuschüsse an junge Familien, wenn sie sich in gewissen Städten oder Gemeinden niederlassen. Viele Landesförderbanken fördern auch den Erwerb von selbstgenutzten Immobilien. Und es gibt natürlich auch die KfW, das ist die Bundesförderbank, Kreditinstalt für Wiederaufbau, die mit Förderdarlehen wie unter anderem das KfW 300, Wohneigentum für Familien, den Erwerb eines Immobilienneubaus fördert oder auch bei Bestandsimmobilen über energetische Förderungsmaßnahmen, Programm 261, Sie unterstützen mag, um eine Bestandsimmobilie energetisch auf den aktuellen Stand zu bringen. Sollte eine energetische Sanierung leider nicht KfW-förderfähig sein, können Sie auch ausweichen auf reine Zuschüsse über die BAFA-Förderung für einzelne energetische Sanierungsmaßnahmen. Manchmal bieten sich auch Kombinationen an, um Landesfördermittel in Anspruch zu nehmen mit der KfW in Kombination. Und manche Landesfördermittel dienen auch oder sind zweckdienlich für die Optimierung des Eigenkapitals, soll heißen, Ihr Hauptdarlehensgeber rechnet die Landesfördermittel wie Eigenkapital an und vergünstigt dadurch auch nochmal parallel die Hauptfinanzierung. Grundsätzlich kann ich Ihnen nur mit auf den Weg geben, kommen Sie bereits auf uns zu, sobald Sie sich mit dem Thema Immobilensuche beschäftigen. Fabian hat Ihnen gezeigt, wie Sie schon mal sich einen Überblick über die aktuelle Immobilienmarktlage verschaffen können. Ich habe Ihnen die ersten Schritte mit auf den Weg gegeben, was bei der Finanzierung zu beachten ist. Je früher Sie sich darüber Gedanken machen und sich genau damit beschäftigen, umso erfolgreicher werden Sie am Markt agieren können. Wir bieten Ihnen beste Konditionen für Ihre Baufinanzierung, bekleiden Sie natürlich mit unseren Experten und Experten Schritt für Schritt in die eigene Immobilie und suchen für Sie eine individuelle Lösung. Digital, aber auch persönlich an über 100 Standorten in Gesamtdeutschland. Und das ohne extra Kosten für Sie. Erreichen tun Sie uns telefonisch über die eingeblendete Rufnummer. Sie können natürlich auch über das World Wide Web, über unsere Homepage Kontakt mit uns aufnehmen oder wie gesagt, persönlich vor Ort an über 100 Standorten bundesweit. Auch in Ihrer Nähe werden Sie eine Internet-Niederlassung finden. Die Standorte sind auf unserer Homepage entsprechend auch vermerkt. Vielen lieben Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich übergebe jetzt weiter an Astrid. Dankeschön. Gerne. Total interessant. Ich habe viel gelernt. Ich hoffe, Sie auch. Aber ich glaube, Sie haben noch nicht alles gelernt, was Sie wissen sollten oder ein bisschen wollten, weil die Fragen trudeln nämlich gerade ein. Ich habe gerade parallel schon ein bisschen geschaut. Und wir haben viele Fragen, die doch eine ganze Reihe an Zuhörern interessieren. Ich möchte mit einer Frage beginnen, die zwar als Fazit hier gestellt wurde im Chat, aber eigentlich auch eine schöne Einstiegsfrage ist. Ich beginne mal mit einer Frage an dich, Fabian. Du hast jetzt gerade viel geredet. Ich habe eine kleine Pause. Danke. Und zwar stellt sich einem Zuhörer die Frage, ob es jetzt ein guter Zeitpunkt ist, ein Haus zu kaufen oder sollte man lieber noch warten oder hat man vielleicht auch schon zu lange gewartet? Tja, das ist natürlich immer eine spannende Frage und mit Prognosen ist es natürlich immer ein bisschen schwierig. Vielleicht mal zur Einordnung, was man dazu sagen kann. Ich habe es ja vorhin schon angedeutet. Man sieht, dass die Preise von 2010ern bei Immobilien, jetzt deutschlandweit gesprochen, sehr stark angestiegen sind, bis dann die Zinserhöhung kam. Und dann sind die Preise gefallen. Und jetzt sieht man so langsam, dass die Talsohle erreicht ist. Und was wir bei ThinkImmo sehen, weil wir eben auch ein Produkt für Kapitalanleger haben, das jetzt einfach die Nachfrage da wieder anziehen. Und Kapitalanleger sind in dem Markt meist ein recht guter Frühindikator, was im Markt passiert, weil die beschäftigen sich natürlich sehr intensiv mit diesem Thema und auch sehr viel. Und deswegen, ich kann es natürlich nicht final beantworten. Das ist eine Prognose. Ich persönlich, also ganz subjektiv meine Meinung wirklich, keine Kaufempfehlung. Ich sage ja, es ist ein sehr guter Zeitpunkt. Ich selbst investiere auch in Leipzig und habe natürlich die Erwartungszeitung und Hoffnung, dass es da auf jeden Fall auch weiterhin gut sein wird. Genau. Ich habe da einen Experten für dich, der sich in Leipzig gut hat. Ja. Ja, Leipzig hat ja so einen kleinen Boom hinter sich, der ein oder andere Zuschauer, das vielleicht auch schon mitverfolgt haben oder selber gespürt haben, besonders wenn man Mieter ist. Also grundsätzlich die Frage, wie Fabian schon sagte, kann man jetzt nicht generell in die eine oder andere Richtung beantworten. Was man sagen muss, natürlich ist die Suche nach einer eigenen Immobilie auch ein Mittel von den eigenen Lebensumständen, eine eigene Lebensplanung, auch mit abhängig. Wir haben gesehen, dass der Markt wahnsinnig volatil ist. Und auch die Rahmenbedingungen, wie das Zinsumfeld, entsprechend auch großen Einfluss auf die Nachfrage nehmen, auf das Angebot. Generell kann ich sagen, der Immobilienmarkt ist ein sehr nachlaufender Markt. Das heißt, die Verkäuferseite braucht immer eine Zeit, das haben wir jetzt letztes Jahr gesehen, um sich an die neuen Rahmenbedingungen zu gewöhnen und festzustellen, dass man nicht mehr jeden Verkaufspreis entsprechend auch umsetzen kann, weil die Nachfrage dann einfach gar nicht mehr gegeben ist. Also ja, wenn man mit dem Gedanken spielt, macht es immer Sinn, das zu prüfen. Man kann ja immer noch Abstand nehmen, solange man nicht vom Notar gesessen hat und die Möglichkeiten erstmal abwägen, auch mal erste Verhandlungen führen, um mal ein Feeling dafür zu bekommen. Es muss nicht immer die erste Immobilie sein. Mein Leitspruch war, geht die eine Türe zu, öffnet sich woanders eine andere. Ist vielleicht ein bisschen sehr weit hergeholt, aber viele meiner Kunden können das bestätigen, die ich begleiten konnte. Danke. Eine Frage, die sehr viele Zuschauer interessiert, nachdem wir hier geballte, langjährige Erfahrungen am Tisch stehen haben. Wie realistisch seht ihr denn die Chancen, dass die Zinsen unter 3% fallen werden im Zuge der Zinssenkungen seitens der EZB? Ihr könnt euch um die Frage prügeln. Ich lasse dich mal vor vielleicht. Lenn mich vor. Sag ich auch mal was dazu. Dankeschön. Wenn du möchtest. Sehr gerne, Fabian. Eine seriöse Zinseinschätzung kann man nicht wirklich geben, weil das von ganz, ganz vielen Faktoren abhängig ist. Wir leben in einem Umfeld, was wirklich hochvolatil ist. Also vor fünf Jahren hätte sich kaum einer Corona-Ukraine-Krieg vorstellen können, oder Protektionismus, China. Alles, was so ein bisschen Einfluss nimmt auf das gesamtwirtschaftliche Geschehen. Grundsätzlich erwarten wir, das ist aber momentan schon eingepreist, in den Baufinanzierungskonditionen natürlich Zinssenkungen der EZB, auch bei der FED, der amerikanischen Notenbank. Auch das hat ein bisschen Einfluss, logischerweise, auf die Baufinanzierungskonditionen hier in Deutschland. Das ist, wie gesagt, schon ein bisschen vorweggenommen. Ob das unter drei Prozent fällt, ist nicht ausgeschlossen. Aber dafür müsste die Wirtschaft schon sehr Rezessionsdepressionstechnisch sein, ist meine persönliche Vermutung ohne Gewehr, dass die Notenbanken der Meinung sind, sie müssen hier entsprechend monetär unterstützen in ihrer Politik, indem man wieder den Markt mit billigem Geld flutet. Drei Prozent, da sind wir noch momentan, wir haben es ja gerade gesehen in meinem Beispiel, ein ganzes Stück weg. Wie gesagt, es ist nicht ausgeschlossen, aber daran würde ich meine Entscheidung für einen erwerbten Immobilien nicht alleinig festmachen wollen. Ich glaube, ich kann eigentlich auch nur das bestätigen, was du gerade gesagt hast. Also typisch bei einer Rezession sieht man dann meist die Zinsen schnell sehr stark an und dann geht es so langsam wieder runter. Das heißt, ich würde auch erwarten, wie gesagt, keine Kaufempfehlung in dem Sinne, aber ich persönlich würde auch erwarten, dass die Zinsen da jetzt noch weiter runtergehen. Drei Prozent, schwierig, genauen Wert festzulegen, aber ich rechne auch mit sinkenden Zinsen auf jeden Fall. Also ergänzend dazu nur kurz, die EZB hat ja auch gelernt, man war ja relativ lang in dieser ultralockeren Geldpolitik drin und hat dann verzögert einen höheren Leitzins und drei Monatsergebur dann realisiert und ich glaube, die EZB möchte nicht nochmal in den Verruf kommen, nachlaufend zu agieren, sondern wird den Markt sehr genau beobachten. Ja, guter Punkt. Dankeschön. Machen wir einen kleinen Schwenk. Du hattest viel über Fördermöglichkeiten, Modernisierung, Sanierung gesprochen, Kosten. Jetzt stellt sich vielen die Frage, wie denn die Sanierungskosten am besten berechnet werden, wenn energetische Sanierungsmaßnahmen vorgenommen werden sollen und wie wird das vor allem auch bei der bei der Verhandlung bepreist? Ja, Verkäufer, besonders wenn es Eigennutzer sind, ich fange mal die Frage von hinten auf aufzuziehen, wenn die Verkäufer Eigennutzer sind, dann schwingt da meistens eine gewisse Emotionalität bei Verkauf immer mit und man sieht das immer ein bisschen anders, ob der Sanierungsbedarf besteht oder nicht, weil funktioniert ja alles noch, ja, aber man sollte das definitiv mit in die Kaufpreisverhandlungen reinnehmen, besonders wenn es energetische Defizite bekommt, ja, die Politik wie auch die Gesellschaft hat natürlich diese, die Nachhaltigkeit immer mehr im Blick und der Gebäudesektor ist nun mal ein großer Bereich, wo CO2 ausgestoßen wird in der Bewirtschaftung von Immobilien und das fördert die KfW halt auch oder auch die BAFA mit verschiedenen Möglichkeiten in der Sanierung unterstützen, mit beizutragen. Wie kann man die Sanierungskosten fest oder fixieren? Das ist relativ schwierig, weil auch regional sehr unterschiedlich. Sie können sich vorstellen, in Baden-Württemberg wird der Handwerker vielleicht einen etwas anderen Preis oder die Fachfirma aufrufen als in Brandenburg an der deutsch-polnischen Grenze. Es ist normal, dass wir da ein gewisses Preisgefälle haben. Generell kann ich Ihnen sagen, versuchen Sie über unsere Homepage gibt es einen Sanierungsrechner, dort kriegen Sie mal eine erste Indikation, welche Sanierungskosten Sie erwarten können. Das ist auch regional ausgeprägt. Sie können auch einen Generalunternehmer ansprechen, um sich mal ein überschlägiges Angebot an die Hand geben zu lassen. Sollten Sie die Zeit haben, wenn der Kaufpreisverhandlung und eine Begehung möglich sein mit einem Fachmann, das kann ich Ihnen nur an den Herzen legen oder mit Bauexperts unter anderem beziehungsweise mit Fuchs und Eule, das sind zertifizierte Energieberater, die können Ihnen auch einen individuellen Sanierungsfahrplan an die Hand geben und Ihnen schon mal so eine Kostenquote, einen Kostenpunkt mit an die Hand geben. Und ja, ich würde die Kosten aufzeigen, auflegen, das ist immer förderlich, weil viele erschrecken, was heutzutage eine Sanierung kostet. Kann durchaus den einen oder anderen Verkäufer dazu bewegen, doch etwas verhandlungsbereit zu sein. Wie siehst du aus deiner Erfahrung? Ich muss sagen, ich habe tatsächlich nichts hinzuzufügen. Das war perfekt ausgeführt. Ich hätte auch noch mal Fuchs und Eule erwähnt mit dem individuellen Sanierungsfahrplan, aber ansonsten, genau. Dann lassen wir es so stehen. Ich habe noch eine weiterführende Frage dazu, Stichwort Sanierung, Stichwort staatliche Förderung hattest du angesprochen. Wenn ich in die Medien schaue, lese ich immer wieder, ja, Topf der KfW ist leer, kaum aufgemacht, schon sind die Fördermittel irgendwie vergeben. Täuscht mich da der Eindruck? Macht es überhaupt Sinn, staatliche Förderung wirklich zu beantragen? Ja, es macht definitiv Sinn. Entschuldigung, dass ich jetzt so vorweg greife, dass trotzdem mit dem Blick und mit dem Auge zu behalten und wenn ihr Vorhaben förderfähig ist, ja, das mal als Grundlage, dann immer diese mit zu berücksichtigen. Viele bei der Frage denken wahrscheinlich an das 550er Energieeffizienzhaus im Neubau, was man von heute auf morgen vorzeitig eingestellt hat, weil die Bundesregierung das so wollte oder das Finanzministerium. Die Fördertöpfe sind aufgefüllt, momentan laufen die Förderprogramme alle außer dieses Lade- und E-Auto-Förderprogramm, was in einem Tag auch wieder ausgeschöpft war, ja, ist auch so ein Beispiel dafür, aber was energetische Sanierung ist, wird man weiter verfolgen, weil der Gebäudebestand in Deutschland ist energetisch nicht auf dem besten Stand und da legt man jetzt viel Wert drauf, auch politisch und finanztechnisch, also finanzhaushaltstechnisch in der Bundesregierung, da wird man die Fördertöpfe entsprechend auch ausstatten. Im Neubausegment sind die Förderprogramme nach wie vor auch aktiv, Programm 297, 298 und die 300. Man weiß, dass das irgendwann leer sein kann und man hat schon eine leichte Erhöhung mit im Kopf, also grundsätzlich gebe ich Ihnen Rat, wenn Sie förderfähig sind, natürlich mit beantragen, wir bekleiden Sie ja auch Schritt für Schritt, sollten sich da Neuigkeiten ergeben, informieren wir Sie dann entsprechend auch. Perfekte Antwort, würde ich sagen. Also auf jeden Fall versuchen, die Förderung mitzunehmen. Wenn das Vorhaben förderfähig ist, definitiv zu verschenken, hat ja keiner was und ja. Ja. Stichwort Finanzierungsstruktur, wir machen einen kleinen Schwenk. Es sind viele Interessen in puncto diversifizieren durch unterschiedliche Laufzeiten, mehrere Kredite abzuschließen mit unterschiedlichen Laufzeiten. Macht das Sinn, ja oder nein? Nein. Nein. Ja, die Antwort ist, es ein bisschen abzuschichten. Ja, man kann verschiedene Zinsbindungen wählen, also Zinsfestschreibungen, wie lange man sich den Zinssatz, der momentan am Markt vorherrschend ist, festschreiben will. Auch das ist immer ein bisschen abhängig von der Lebensphase. Erwartet man noch Geld zu Flüsse, Schenkungen, Bonuszahlungen etc. pp, wo man sagt, okay, ich kann mal eine kürzere Zinsbindung mit beimischen, um einen sehr attraktiven Mischzins zu erhalten. Ansonsten muss man halt auch immer schauen, wie hoch ist das Zinsänderungsrisiko. Also ich habe es ja schon gesagt, wir sind in einer hocholatilen Zeit, also sehr veränderlichen Zeit. Wir haben es gesehen, das Zinsniveau hat sich von 2,21 bis 23 vervierfacht. Enorm dynamisch. Also sollte man auch immer in Punkte Sicherheit beim Eigenheim schauen und dort nicht eine zu kurze Zinsbindung wählen, um kein hohes Zinsänderungsrisiko zu haben. Das ist aber wirklich immer individuell von Kunde zu Kunde und von Vorhaben, da lehnt es volumenabhängig. Um da eine klassische Empfehlung abzugeben, kann ich Ihnen nur empfehlen, gehen Sie auf die Experten zu. Unterschiedliche Zinsbindungen in der Mischung macht Sinn, habe ich auch schon des Öfteren gehabt. Macht auch Spaß und bringt Ihnen Mehrwert gegebenenfalls. Unterschiedliche Banken haben Sie eine Rangproblematik im Grundbuch. Also die Banken besichern sich ja an der Immobilie, die sie erwerben wollen oder die sie errichten wollen. Und wenn es jetzt keine Förderbank ist, die in den zweiten Rang geht, dann haben Sie eine Besicherungsproblematik. Das wird im Regelfall so nicht funktionieren. Aber mehreres kann man, wie gesagt, dann im Gespräch, im individuellen Gespräch mitgeben. Und zeigt einfach auch nur, wie individuell das Thema Baufinanzierung ist. Absolut. Dass kein Beispiel fürs Nächste irgendwie gelten kann. Absolut. Ja. Es gibt keinen Generalweg. Das gibt es nicht. Apropos Generalweg. Lassen sich aktuell 100 oder sogar 110 Prozent Finanzierungen realisieren? Ja. Also inklusive Kaufnebenkopf? Also ich sage kurz ja. Ja. Ganz gleich. Ja. Funktioniert natürlich eingeschränkt. Also viele Banken sind bereit, von der Bodenplatte bis zur Dachspitze 100 Prozent zu finanzieren und wertstärkende Sanierungsmaßnahmen. Darüber hinaus, wenn Sie Erwerbsnebenkosten mitfinanzieren wollen, schränken Sie die Auswahl schon recht stark ein. Der hat dann noch übrig gebliebenen Darlehensgeber und Finanzierungspartner. Aber die Möglichkeit besteht, es gibt auch Eigenkapitalersatzdarlehen. Also das ist kein KU-Kriterium grundsätzlich. Ja. Vielleicht noch dazu erwähnen, das Problem ist natürlich, man kriegt natürlich höhere Zinsen, weniger Eigenkapital, logisch. Das heißt, Laufzeit ist länger höhere Restschuld. Das hat natürlich auch Nachteile auf jeden Fall. Ja. Und muss auch in die monatliche Rate reinpassen. Genau. Also logischerweise, wenn Sie mehr Darlehen aufnehmen und 110 Prozent finanzieren, wird das auch was mit der monatlichen Darlehensrate machen. Die wird natürlich dann höher ausfallen, als wenn Sie nur 90 Prozent finanzieren. Und dann muss man dann schon schauen, ist das für mich leistbar, will ich und kann ich mir das leisten oder nutze ich etwas Zeit, um noch Eigenmittel anzusparen, je nachdem. Aber ja und ja. Genau. Stichwort Eigenkapital greife ich nochmal auf. Eine Frage kommt, ob man grob abschätzen kann, wie eingebrachtes Kapital in Form von Sicherheiten, also nicht in Darlehensreduzierung, sondern in Form von Sicherheiten, sich auf den Zins für die Finanzierung auswirkt. Also zum Beispiel pro 20.000 Euro Sicherheit ist gleich x Prozent Zinsreduktion? Soll ich, weil ja. Ja, das sind einfach sehr viele Finanzierungsfragen. Ja, genau. Also man kann jetzt nicht sagen pro 20.000 Euro, weil man muss verstehen, Banken schauen auf den sogenannten Beleihungswert. Also als Beispiel, Sie kaufen was für 500.000 Euro und Sie wollen 500.000 finanzieren, dann sind Sie bei 100% Finanzierung. Jetzt können Sie das abschichten, wenn Sie nur 95, 90, 85, 80% finanzieren, weil Sie Eigenmittel wirklich aktivieren, dann sinkt der Zinssatz entsprechend. Es gibt Banken, die auch eine Zinsreduktion bei Stellung von Zusatzsicherheiten vornehmen, das heißt Grundschulden auf schon sich im Eigentum befindlichen Immobilien oder bei Abtretung von Vermögen. Es gibt aber auch Banken, die sagen, Zusatzsicherheiten akzeptiere ich nur für die Darstellbarkeit der Finanzierung, dass ich überhaupt bereit bin, dieses Kreditvolumen darzustellen, weil das Kaufobjekt vielleicht etwas überteuert ist, aus Bankensicht heraus gesehen und nicht den ausreichenden Sicherheitswert bietet, man aber bei Hinzunahme von Zusatzsicherheiten entsprechend auch die Finanzierung trotzdem begleiten will aus Risikogesichtspunkten, aber keine Konditionsverbesserung zur Folge hat. Also das kommt immer ein bisschen auf den Darlehensgeber drauf an. Wie gesagt, mit Summen X wird so und so viel günstiger, kann man nicht sagen. Das kommt auch wirklich immer auf die Beleihungsstufen drauf an und auf den genauen Beleihungswert der Immobilie, die man erwerben möchte. Auch das ist im individuellen Gespräch, im Detail zu klären. Nur mal so indikativ, natürlich kann man sagen, zwischen 100 Prozent und 95 Prozent Finanzierung haben Sie in der Regel 0,4, 0,3, 0,4 Zinsabschlag. Das ist schon ordentlich. Wenn man noch mehr Eigenmittel mit einsetzt, dann nimmt das ab. Dann gibt es aber auch wiederum andere Einflusskomponenten wie eine Mindestdarlehenssumme, die auch, wenn man die unterschreitet, sich zinssteigernd auswirken können, weil man ein gewisses Kreditvolumen unterschreitet, wo die Bank dann sagt, naja, dann ist das ein klein volumisches Darlehen, dann brauche ich wieder einen Zinsaufschlag für meine Marge. Es gibt viele Preisfindungskomponenten bei einer Baufinanzierung. Das stimmt. Passt? Ja. Nichts lang zur Suche. Genau. Wir kommen gleich noch zu dir. Sehr gut. Aber das Thema von eben wurde nochmal aufgegriffen, das Thema 110 Prozent Finanzierung. Ihr habt, wart euch einig, ja, kann gemacht werden, auch über Interhub. Ja, selbstverständlich. Grundsätzlich, ja. Jetzt ist noch die Zusatzfragen an der Beispielrechnung dabei, aber vielleicht kann man das kurz machen oder sprengt das den Rahmen? Ich habe jetzt nichts, was ich präsentieren könnte als Beispielrechnung. Das war auch in meinen Beispielen vorhin natürlich nicht mit drin, weil glücklicherweise nicht die Vielzahl oder die Mehrzahl der Kunden 110 Prozent finanziert. Ich glaube, ich weiß nicht, welche Möglichkeit wir haben, im Nachgang nochmal das in Zahlen, Daten, Fakten greifbar zu machen, aber bei einer 110 Prozent Finanzierung erwarten viele Banken eine Mindesthilgung, zwei Prozent, ja. Und dann können sie natürlich auch mit einem gewissen Zinsaufschlag rechnen für das höhere Risiko, ja. Also, nehmen sie dort mal an der Gesamtannuität, wenn ich sonst sage, nehmen sie mal so um die sechs Prozent pro Jahr auf die Gesamtdarlehenssumme, ja. Also, bei 500.000 Euro sind sie bei 30.000 Euro, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, durch zwölf Monate, dann kommen sie auf ihre Finanzierungsrate, Pi mal Daumen. Dann nehmen sie dort in dem Fall, wenn sie 110 Prozent finanzieren wollen, mal um die sieben Prozent Annuität. Als groben Richtwert mal ein Prozent Aufschlag, weil eine höhere Mindesthilgung gefordert wird und noch ein Zinsaufschlag dort mit dabei ist, dann können sie sich selber das ein bisschen ableiten, aber dort empfehle ich auch in der HIP, entweder in der HIP Home, wenn sie einen Zugang bei uns schon haben oder unsere Homepage, dort können sie einen Zinsrechner entsprechend auch dort mal interviewen, um ein Gefühl zu kriegen, was wäre denn, wenn ich ohne Eigenkapital ins Rennen gehe. Oder auch einfach ein Beratungsgespräch ausmachen. Da kriegen sie natürlich verschiedenste Möglichkeiten aufgezeigt, ja genau, ob es Banken gibt, die das mitfinanzieren oder ob es ein Eigenkapitalersatzdarlehen sein darf, um eine konkrete Darlehensrate entsprechend auch zu erhalten. Ja, also Terminausmachen lohnt sich in jedem Fall. Auf alle Fälle. Schaden tut es nicht. Inwieweit, eine ganz allgemeine Frage, inwieweit haben denn Finanzierungsanfragen, also in Finanzierungsanfragen eine Auswirkung auf den Schufa-Score? Also bei uns nicht, weil wir die Schufa, wir selber fragen die Schufa nicht an als Interhüp, sondern die Einwilligung erteilen sie uns erst bei finaler Darlehensantragstellung. Das heißt, wenn sie schon wissen, auf welchen Darlehensgeber es hinauslaufen soll und dann findet in der ersten Prüfung in der Regel ein Schufa-neutraler, ein Schufa-neutrales Anfragemerkmal statt bei der entsprechenden Bank und dann kurz vor Abschluss wird noch mal hart in die Schufa reingeschaut. Aber wir müssen unterscheiden bei Ratenkrediten, wo es viele Vergleichsportale auch gibt und wo man, ich sage mal, technisch viele Institute anfragt, das ist in der Baufinanzierung so nicht. Also bei Interhüp können sie sich gewiss sein, die Anfrage ist Schufa-neutral und wir gucken auch vor dem Beratungsgespräch nicht in ihre Schufa rein. Gut. Ist die Frage damit beantwortet für dich? Ich glaube schon, für mich schon. Und ansonsten, lieber Fragestellender, einfach noch mal zusätzlich ins Schreiben. Genau. Die Möglichkeiten haben wir noch. Fabian, das bringe ich mal zu dir. Ich war eben ganz ohr, was ihr für ein Angebot habt. Ja. Auf was für eine Suche sich der Kunde bei euch begeben kann. Und habe dann irgendwann festgestellt, das klingt doch sehr umfangreich. Welche ganz konkreten Objekte oder auch Grundstücke kann denn der Interessent bei euch finden? Genau, genau. Also wir haben natürlich die gesamte Häuserpalette mit abgedeckt. Wir haben die gesamte Wohnungspalette mit abgedeckt. Wir decken auch Grundstücke mit ab. Tatsächlich auch Büro. Das ist heute natürlich nicht ganz so interessant. Und natürlich auch kann man gezielt nach Zwangsvorsteigungen suchen. Das hast du ja vorhin erwähnt, dass das potenziell auch eine gute Möglichkeit sein kann. Genau. Und wenn man mal vergleicht auf anderen Portalen, beispielsweise auch Immobilien-Scout oder Immowelt, wir haben natürlich ein sehr, sehr breites Angebot. Also um mal konkrete Zahlen zu nehmen, wir haben jetzt aktuell 105.000 Immobilien online und bei den anderen genannten Portalen, das ist eine ganze Erke weniger. Also man findet wirklich sehr, sehr gut was bei uns. Man kann sich wirklich sicher sein, dass man da nichts verpasst auf jeden Fall. Sehr gut. Eine Frage in Richtung Grundstückserwerb. Ja. Welche ganz konkreten Preisverhandlungstipps, das ist jetzt so die Twitter-Frage zwischen euch, gibt es denn beim Erwerb eines Grundstücks? Ich kann da nur wieder auf das, was wir vorhin vorgestellt haben, verweisen. Das ist halt wirklich sehr gut nach reduzierten Objekten dann auch zu suchen. Tatsächlich, das hilft. Wir tracken auch diese Preishistorie wirklich sehr langfristig. Also auch über Jahre hinweg können wir wirklich den Preis sehen von einem Objekt, beziehungsweise von einem Grundstück in dem Fall, wie es sich entwickelt. Und das ist dann ein gutes Argument, was man beim Verkäufer vorbringen kann. Und dann würde ich mal sagen, vielleicht hast du noch weitere Argumente? Lage, Lage, Lage. Bei Baugrundstücken, ganz klar. Das ist natürlich auch, ja klar. Absolut. Genau. Und natürlich auch das, was man sich selber wünscht von der näheren Umgebung. Ja. Urbanisiert ländlich und sind meine Wege, so wie ich sie mir vorstelle, weiter oder kürzer. Genau. Gut. Du hattest eben verschiedene Unterlagen erwähnt, die man sich gerade, wenn man eine Wohnung kaufen möchte, doch bitte anschauen sollte, als Interessent. Worauf konkret muss denn im Wirtschaftsplan geachtet werden? Also im Wirtschaftsplan sollte man immer darauf achten, wie hoch ist die Instandhaltungsrücklage. Das heißt, wie viel zahlt jeder, der Sondereigentum, also Wohneigentum in diesem Mehrfamilienhaus hat im Monat ein über das Hausgeld. Wie hoch ist gerade das Vermögen der Gemeinschaft? Und sind in den letzten Eigentümerversammlungen Sanierungsmaßnahmen geplant, erfragt wurden, Kostenveranschläge eingeholt wurden, weil Sanierungsmaßnahmen am Gemeinschaftseigentum als solches anstehen. Muss man auch mal gucken, wie ist die Eigentümerstruktur. Vermieter sind eher dazu geneigt, eine geringe Instandhaltungsrücklage bilden zu wollen, weil es die Rendite natürlich schmälert von Mieteinnahmen, kannst du bestätigen, Fabian. Und Eigennutzer von Eigentumswohnungen sind natürlich immer sehr darauf bedacht, dass das auch das Gemeinschaftseigentum sehr gepflegt ist und in einem aktuellen energetischen und wohnwirtschaftlichen Zustand sich befindet. Und möchten auch eine etwas höhere Instandhaltungsrücklage bilden, auch wenn es gefühlt immer so gebundenes Todeskapital ist, auf was man selber gar nicht als Sonder-Eigentümer zurückgreifen kann und will. Also es ist auch ein Unterschied, ob es ein Mehrfamilienhaus ist, was neu gebaut worden ist. Dann braucht man in der Regel eine deutlich geringere Instandhaltungsrücklage, logischerweise. Oder ob es eine Immobilie ist. Ich nehme jetzt mal Leipzig, weil du von Leipzig ins Spiel gebracht hast mit seinen Gründerzeithäusern, wo über die Jahre hinweg doch immer mal ein bisschen Sanierungsbedarf entsprechend auch ansteht. Das soll dann eine höhere Instandhaltungsrücklage der Gemeinschaft gebildet werden. Genau. Vielleicht nur ganz kurz zu ergänzen noch, dazu ist es halt immer sehr spannend, sich auch die Protokolle dann anzuschauen, tatsächlich von den Eigentümerversammlungen, wie du ja vorhin gesagt hast, und da einfach immer nochmal zu schauen, gibt es da einen Sanierungsrückstau? Ja, nein. Und entsprechend muss man dann abwägen. Vielen Dank. Ganz kurzer Hinweis mit Blick auf die Uhr. Wir nähern uns nämlich schon der 20-Uhr-Zeitmarke. Wenn Sie noch ein bisschen Zeit haben, ich glaube, wir haben noch ein bisschen Zeit, bleiben Sie einfach gerne noch ein bisschen dabei. Wir haben noch ein paar Fragen, die ich ganz gerne loswerden möchte. Insofern erlauben Sie uns einfach noch ein bisschen zu überziehen. Es kommen nämlich einige Fragen nochmal in Richtung Eigenleistung, die doch sehr bewegen. Und zwar eine ganz konkrete Frage, und andere schließen sich da an. Ich bin Handwerksmeister und habe für einen Neubau 100.000 Euro Eigenleistung geplant. Wie kann ich diese Eigenleistung als zusätzliches Eigenkapital anerkennen lassen für natürlich einen niedrigeren Zins? Sehr gute Frage, prächtigte Frage. Habe ich sogar in dieser Größenordnung schon begleiten können. Man kann sich das anerkennen lassen, um die Frage erstmal kurz und bündig zu beantworten. Bauingenieur, Architekten, bitte die Eigenleistung bestätigen lassen im Detail. Das heißt, welche Gewerke wollen Sie ausführen lassen? Und wer führt diese Gewerke aus in Eigenregie? Welche Qualifikationen gehört die oder die Personen, die Personengruppe, wenn sie unterstützt werden, entsprechend auch an? Denn Banken prüfen Eigenleistungen immer unter zwei Aspekten. Punkt eins, die zeitliche Realisierungsmöglichkeit. Wenn Sie 100.000 Euro Eigenleistung haben, nehmen Sie mal 50 Euro für einen Fachanwerker, mal so im Schnitt. Als Stunde können Sie sich vorstellen, wie viele Arbeitsstunden dabei sind. Da sind wir bei 2000, wenn ich das nicht verrechne. Genau, und bei einer 40-Stunden-Arbeitswoche können Sie sich vorstellen, wie lange man die Person beschäftigen könnte. Also eine Bank prüft immer, wann wollen Sie fertig werden? Ist das überhaupt zeitlich realistisch umsetzbar, die Höhe dieser Eigenleistung? Und der zweite Aspekt ist, sind Sie fachlich dazu qualifiziert, weil die Bank natürlich auch in Ihrem Eigeninteresse sicherstellen will, dass die Eigenleistungen in entsprechender Güte errichtet werden. Da bitte vom Bauingenieur, Architekten bestätigen lassen, sehr ausführlich, welche Gewerke, wer das macht. Dann kann man das machen. Es gibt aber auch Banken, die begrenzen die Höhe der Eigenleistung. Genau aus den zwei genannten Gründen, dass man sagt, bei 25.000 oder 50.000 Euro ist für uns ein Cut. Mehr an Eigenleistungen lassen wir nicht zu oder betrachten, berücksichtigen wir nicht, sind wir der falsche Finanzierungspartner. Es gibt aber auch Finanzierungspartner, die lassen es zurechnen, aber im Hintergrund eine kalkulatorische Rate mit rein, falls man dann doch während des Bauvorhabens oder Sanierungsvorhabens feststellt, da bin ich etwas über meine eigenen Grenzen gegangen. Aber möglich ist es, dezidiert in der Auswahl der Darlehensgeber. Aber ja, wenn man dazu imstande ist und die Leute kennt, warum nicht? Connection. Ja. Es gibt eine weitere Frage zum Thema Eigenleistung, aber jetzt mit Blick auf Bestandsimmobilie. Ich meine, da wird das Gleiche gelten, die gleichen Anforderungen, was eingereicht werden muss. Wenn Sie da weitere Informationen möchten, wenn Sie konkrete Fragen haben, kann ich Sie eigentlich auch nur ermuntern, dann wirklich auf einen Berater, auf einen Experten, der Interrupt zuzugehen, weil das, was Herr Scholz gerade ausgeführt hat, das gilt natürlich für Neubau wie auch für Bestandsimmobilien. Da gibt es keinen Unterschied. Gut, die Fragen nehmen nicht ab. Wir schwenken mal zu einem ganz anderen Thema noch, nehmen uns noch ein paar Minuten. Und zwar Thema Sicherheiten. Zählen auch ETF-Depots, die man nicht auflösen möchte, zu Sicherheiten? Oder Lebensversicherungen, Direktversicherungen, an die man vor der Rente nicht drankommt? Also betrieblicher Altersversorgung und so weiter ist nicht abtretbar als Zusatzsicherheit, einfach weil es geschützt ist nach dem Insolvenzgesetz, weil es einfach, man will der Altersarmut da vorbeugen. Also da gibt es schon Einschränkungen, was man als Zusatzsicherheit einmal von gesetzlicher Seite her anbieten kann, was abtretungsfähig ist. Und zum anderen bei ETFs, was typische Wertpapiere sind, die natürlich an der Marktentwicklung abhängig sind, welchen Wert sie gerade haben, akzeptiert nicht jeder Finanzierungspartner. Und wenn sie akzeptiert werden, was durchaus möglich ist bei Einzelnen, nimmt man aber gewisse Abschläge zum aktuellen Istwert. Also bei ETFs hochvolatil, je nachdem auch in welchem Bereich wir da unterwegs sind, der Asset-Klasse. 50, 60 Prozent des aktuellen Istwerts wird dann runtergerechnet. Ob sich dann wirklich eine Abtretung lohnt an der Stelle, muss man dann nochmal abwägen, individuell betrachten. Ja, genau. Ansonsten Kapitalbildende Versicherung, kommt es immer drauf an, Lebensrentenversicherung. Was davon sinnvoll ist, abzutreten, welchen Mehrwert das für Sie als Darlehensnehmer auch entsprechend mit sich bringt oder nicht. Auch da muss man dann auch immer ein bisschen steuerrechtlich aufpassen. Ist das eine Verfügung über das Kapital, aus steuerrechtlicher Sicht gesehen? Da gibt es ein paar Besonderheiten, die muss man dann individuell betrachten. Aber andenkbar ist das. Bei einem Privatkauf einer Immobilie stellt sich die Frage, wie und wo die beste Unterstützung geboten wird beim Thema Kaufvertrag, Einträge ins Grundbuch. Wohin kann sich der Kunde wenden? Einen Baufinanzierungsberater, würde ich sagen, oder? Ganz einfach. Ja, also wenn man im Umfeld jemanden hat, der öfters mit Immobilienverkauf, Kauf zu tun hat und eine gewisse Expertise aufweist, macht das natürlich Sinn. Ansonsten, was die rechtlichen Dinge anbelangt, kann ich natürlich immer nur an den Rechtsanwalt für Vertragsrecht, für Immobilienrecht verweisen. Der kann Sie da bestens unterstützen, aber auch ein Notar hat ja die Aufgabe, entsprechend die Interessenlagen zwischen Käufer und Verkäufer abzuwägen und wird dafür auch ganz gut bezahlt. Deswegen, wenn da Unsicherheiten und Fragen bestehen zu einem Kaufvertragsentwurf, auch das Notariat, das beurkundende Notariat immer mit interviewen. Ansonsten kann ich Ihnen dann nur die Empfehlung eines Rechtsanwalts für eine Rechtsberatung mit empfehlen. Wir gucken zwar als Finanzierungsberater immer mit drauf, aber natürlich ohne rechtliche Gewähr. Das ist, Klaus, nicht unser Job. Wir sind keine Volljuristen. Wir sehen viele Kaufverträge und weisen auch ab und an auf Besonderheiten hin, die wir sehen. Aber auch wir sind natürlich nicht immer mit allen Wassern gewaschen. Jetzt kriege ich gerade ganz viele Fragen in deine Richtung. Aha, sehr schön. Erkennt Think Immo gelöschte und dann wieder neu eingestellte Inserven? Ja, tatsächlich. Ja, ja. Das wird erkannt. Das heißt auch hier, wie gesagt, die Preishistorie, die können wir über einen sehr, sehr langen Zeitraum tatsächlich nachvollziehen. Und dann, wenn ein Objekt gelöscht wurde, wieder eingestellt wurde, sehen wir das auch. Es wird auch angezeigt in der Kaufpreishistorie mit wieder eingestellt. Auch das sieht man tatsächlich. Okay. Spannend. Schöner Verhandlungspunkt. Eine weitere Frage an dich, Fabian. Ich lese sie mal eben vor. Können Sie bitte kurz erläutern, welche Bewertungskriterien bei Think Immo für die Preis- und Standortbewertung zugrunde liegen und ob diese Bewertungen als Verhandlungsargumente verwendet werden können? Ja, sehr gute Frage, genau. Also was man natürlich erstmal wissen muss, ist unsere Preisbewertung. Also ich gehe erstmal auf die Preisbewertung ein. Die ist natürlich erstmal ein ungefähre Richtwert. Das heißt natürlich nicht, dass das der finale Wert ist, der Immobilie. Warum ist das so? Also allem voran in Deutschland die Immobilien-Datenlage, die ist nicht besonders toll, muss man einfach mal sagen. Häufig fehlen einfach die Straßen. Ja, und damit ist natürlich so eine Preisbewertung etwas weniger präzise. Was fließt mit ein? Eigentlich alles, was man braucht. Natürlich die Wohnfläche, Baujahr, Zustand der Immobilie, Zimmer sind auch mit dabei und natürlich der Kaufpreis logischerweise. Der ist auch mit dabei und weitere Kriterien, das kann man auch sehr gut sehen. Wir haben unten, in der Detailansicht sieht man das, da kann man über so einen kleinen Link klicken, welche Kriterien jeweils bei jedem Mobil mit einfließen und da wird es dann auch mit angezeigt. Und bei der Standortbewertung, da muss man fairerweise sagen, die richtet sich ein bisschen mehr an die Investoren. Warum ist das so? Wir berücksichtigen hierbei natürlich die Einwohnerzahl. Hat die Stadt eine Universität? Ja, nein. Das ist eine Attraktivität für die Zukunft. Die Arbeitslosenzahl, das sagt natürlich dann auch schon ein bisschen was über eine Stadt aus. Und der dritte Faktor war, der vierte Faktor war tatsächlich die Wachstumsprognose bis 2030. Also wird diese Stadt wachsen, ja oder nein? Das sind mal so zusammengefasst die Kriterien damit einfließen. Sogenannter Prognosatlas. Korrekt, genau. Spielt auch für einige Banken mit eine Rolle. Ja. Und die spannende Frage ist jetzt, kostet Fink immer etwas oder ist der Dienst kostenlos? Der Dienst ist kostenlos. Ihr könnt euch dann im Anschluss, wie gesagt, wir schicken den Link, soweit ich weiß, noch rum. Und da könnt ihr euch einfach einen Suchauftrag anlegen. Aber fallen keine Gebührenkosten oder ähnliches an. Das ist doch wunderbar. Sehr gut. Es tut sich noch einiges im Chat. Lassen Sie mich ganz kurz mal eben gucken. Lohnt sich aktuell ein Neubau in guter Lage oder wäre eine Investition in eine Bestandsmobilie sinnvoller? Fangen du an. Gute Frage. Also ich muss mal sagen, ich kann mal so einen ganz persönlichen Plan erzählen, den ich verfolge tatsächlich. Und da kann sich ja dann jeder bei Linken, der das individuell macht. Aber mein Plan ist tatsächlich, ich investiere in eine Stadt tatsächlich, wo die Renditen gut sind und lebe in einer Stadt bzw. miete in einer Stadt, wo die Renditen schlecht sind. Warum? Weil ich dann natürlich die Differenz mitnehmen kann als Investor. Ich weiß jetzt nicht, ob es präzise um Investments ging, aber das ist meine persönliche Strategie dazu. Das ist natürlich aber auch ein gewissen Aufwand erfordert. Ja, absolut. Wenn man nicht vor Ort ist. Ja, natürlich. Das sollte schon in der Nähe sein. In Berlin ist es natürlich Leipzig. Ja. Mag die Stadt persönlich sehr gerne. Genau. Freut mich zu hören. Also um die Frage nochmal aufzugreifen. Baukosten sind natürlich auch regional ein Stück weit unterschiedlich, aber nicht so unterschiedlich wie die Preise im Immobilienbestand. Also was meine Erfahrung ist, in Ballungsgebieten Berlin, auch Leipzig gehört dazu, München, ja, Hamburg oder auch andere Gemeinden und Städte, die sehr gefragt sind, wo eine hohe Kaufkraft auch vorherrschend ist, sind Bestandsimmobilien wahnsinnig teuer. Die Neubaukosten sind zwar teurer als auf dem platten Land, wie man so schön sagt, also wenn sie in ihrem ländlichen strukturschwachen Gegenden unterwegs sind, aber wenn sie eine Immobilie bauen, haben sie nun mal gewisse Entstehungskosten. Ja, wir haben in Deutschland ein Baugesetzbuch, ja, wir haben viele Vorlagen. Das Thema wird ja auch politisch gerade sehr stark gespielt, na, dass Neubau zu teuer ist, weil es viele, viele Bauauflagen gibt, ja. Entsprechend auch, da ist es erstmal grundsätzlich egal, ob sie das Haus in die Innenstadt von Leipzig setzen oder, ich sage jetzt mal, in einer sehr ländlichen, weltlichen Gegend, ja. Der Bauträger wird immer einen gewissen Preis an Entstehungskosten durchholen müssen, allein durch die Entstehungskosten, die er hat. Deswegen ist die Frage aus meiner Sicht sehr regional zu beantworten. Manchmal in sehr gefragten Lagen, wenn sie ein Baugrundstück haben, aus der Familie heraus oder von Bekannten günstig kriegen, kann ein Neubau günstiger sein als ein Erwerb einer Bestandsimmobilie. Also da kann man keine generelle Aussage zu treffen, das muss man individuell immer prüfen, welche Möglichkeiten sich für einen ergeben und dann abwägen. Und der eigene Geschmack spielt hier vielleicht auch noch eine Rolle. Definitiv, eine Bestandsimmobilie kann man nur einen gewissen Bereich sanieren, bautechnisch, physikalisch abändern. Neubau kann man relativ, kann man eigentlich alles, wenn der Geldbeutel es zulässt, alles realisieren, wenn man das möchte. So, wir nähern uns zeittechnisch den letzten Fragen. Eine Verständnisfrage noch, die aufkam. Wie genau kann das Inventar die Grunderwerbsteuer nochmal senken? Sie müssen sich vorstellen, das Inventar, wenn es als gesonderter Kaufpreis im Kaufvertrag aufgeführt wird, also da drin steht, der Kaufpreis beträgt 500.000, davon entfallen als Beispiel 40.000 Euro für eine Einbauküche und Möbel, die mit übernommen werden. Dann fällt nur Grunderwerbsteuer für 460.000 Euro an, weil der Fiskus davon ausgeht, dass auf das Gebäude und Grund und Boden ein reiner Kaufpreis von 460.000 Euro zu buchen steht. Und nur das ist Grunderwerbsteuerpflichtig. Steuerberater dürfen mich natürlich gerne korrigieren, also ohne Gewährdiangabe, aber so ist es in der Realität. Und die 40.000 Euro, die als gesonderter Kaufpreis für das Inventar aufgeführt werden, ist nicht Grunderwerbsteuerpflichtig. Dadurch senken sie die Grunderwerbsteuer entsprechend, ist aber insoweit nachteilig für die Finanzierung, dass die Banken ja auch sagen, ja Möbel und Küche gehört für mich nicht als faste Gebäudebestandteil. Das hat also auch nichts mit dem Sicherheitswert zu tun. Und den rechnet man dann in dem sogenannten Beleihungswert heraus. Und das kann natürlich dann zu einer Nichtmachbarkeit im schlimmsten Falle der Finanzierung führen oder zu einer teureren, also höheren Kondition. Deswegen vorhin auch mein Hinweis, in dem Punkt ganz klar immer mit dem Finanzierungsberater, der Finanzierungsberaterin sprechen, weil wir ganz genau aufzeigen können, was würde denn passieren, wenn. Das wichtige Wörtchen, wenn. Eine Abschlussfrage an dich. Ist eine Lagebewertung bei SYNC-Immo vorhanden oder geplant? Die Lagebewertung, also wir haben die Standortbewertung. Steht da noch was? Nein, es ist explizit nach der Lagebewertung. Die Lagebewertung. Aber Lage ist gleich Standort. Genau, also wir haben diese Standortbewertung, die funktioniert natürlich auf der Makroebene. Wir haben die Preisbewertung, die ist dann schon ein bisschen mehr in der Mikroebene mit drin. Und man kann ja bei uns auch, wie gesagt, sehen Kitas in der Nähe, Schulen in der Nähe. ÖPNV in der Nähe, das ist so ein bisschen mehr die Mikrolage dann natürlich. Okay, also ist durchaus vorhanden. Und eine, wie ich finde, sehr schöne Abschlussfrage an dich, Sepp. Die Empfehlung ist, frühzeitig zu Interhipp zu kommen und sich beraten zu lassen. Gilt das grundsätzlich, also egal, ob die Immobilie eigengenutzt ist oder als Investment erworben werden soll? Selbstverständlich, generell. Unabhängig davon, ob Sie eine Kapitalanlage im Immobiliensektor suchen oder die eigenen vier Wände, wo Sie selber einziehen wollen. Weil wir natürlich auch den Finanzierungsrahmen und das Ziel Ihres Investments auch bei einer Kapitalanlage mit Ihnen besprechen und schauen, welche Möglichkeiten gibt es, welcher Rahmen ist sinnvoll. Wie stellt sich das genau in der Finanzierung dar, weil viele Investoren natürlich die Finanzierbarkeit und die Kondition bei der Finanzierung in ihre Entscheidungsfindung mit einfließen lassen. Und dann sind Sie auch bestens vorbereitet, wenn Sie eine Kapitalanlage erwerben wollen und finanzieren möchten, wenn Sie vorher schon mit den Experten oder Expertinnen im Austausch gewesen sind und viele grundsätzliche Fragen geklärt haben. Sie werden immer verhandlungssicher auftreten, wenn Sie das Thema der Finanzierung im Vorwege schon besprochen haben und wissen, welchen Weg Sie einschlagen wollen. Fabian, kannst du deinen Kunden bestätigen? Würde ich genauso sehen. Ich würde auch sagen, frühzeitig lohnt sich auf jeden Fall. Viele machen ja eine Transaktion bzw. den Immobilienkauf nur einmal in ihrem Leben. Das heißt, man kann sehr viele Fehler einfach dabei machen. Das muss man sagen, wie es ist. Und deswegen lohnt sich auf jeden Fall eine sehr frühe Beratung. Ja. Danke. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Sehr gerne. Mit Blick auf die Uhr. Wir haben Ihre Zeit jetzt etwas überzogen. Vielen Dank an euch beide. Es war sehr interessant, sehr aufflussreich. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe zumindest sehr viel gelernt. Vielen Dank an Sie, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben, dass Sie uns mit so vielen Fragen gelöchert haben. Es sind einige Fragen offen geblieben. Das ist mir sehr wohl bewusst. Zum einen werden wir in den Chat gleich den Link stellen mit weiteren Informationen in Richtung Sink-Immo, in Richtung allgemeine Interhub, Baufinanzierung, ganze Spanne. Zum anderen können Sie natürlich auch für konkrete Fragen, für individuelle Situationen einfach mal einen unverbindlichen Beratungstermin ausmachen, sich informieren vor Ort. Die Möglichkeit besteht natürlich. Es ist gleich 20.15 Uhr. Es steht um 21 Uhr ein wichtiges Fußballspiel an. Alle, die das sehen, wünsche ich Ihnen jetzt einen schönen Fußballabend. Vielen Dank, dass wir die Vorgruppe sein durften, sozusagen. Und ich wünsche Ihnen eine schöne restliche Woche. Es ist eine kurze Woche. Alles Gute für Sie. Und ich freue mich auf ein nächstes Wiedersehen bei einem weiteren Webinar der Interhub. Alles Gute für Sie. Servus aus München. Guten Abend. Ciao, ciao.